Und ich habe dann auch immer mehr so Rollenangeboten bekommen, ebenso Mütter, und musste mich damit immer mehr auseinandersetzen. Und ich fand die oft doof geschrieben, diese Mutterrollen. Man macht sich über die lustig, die sind irgendwie ein bisschen zurückgeblieben, die haben keine Ahnung, die sollen sich irgendwie um den Haushalt kümmern. Das wird aber nicht so explizit gesagt, weil man ja progressiv und modern sein will. Aber gleichzeitig ist es doch irgendwie so gemein, sagt Caroline Peters. Heute sprechen wir im Cicero Podcast Literaturen mit Caroline Peters. Caroline Peters ist unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich auf ganz unterschiedliche Weise bekannt. Sie ist Schauspielerin und seit Jahren an den wichtigsten deutschsprachigen Häusern auf der Bühne zu sehen, so an der Burg in Wien und jetzt gerade an der Berliner Schaubühne. Viele mögen sie aus dem Kino kennen. Dort sah man sie mit Christoph Maria Herbst und Iris Berben in Der Vorname oder auch aus dem Fernsehen, wenn man Fan der ARD-Serie Mord mit Aussicht ist. Wenn man Caroline Peters gar nicht kennt, dann könnte man mit ihr in der Buchhandlung zum ersten Mal in Kontakt kommen, denn gerade ist ihr erster Roman Ein anderes Leben bei Rowold Berlin erschienen. Und das ist auch der Grund, warum Caroline Peters heute im Cicero Podcast Literaturen zu Gast ist. Mein Name ist Julia Margier und ich möchte heute gern über ein anderes Leben sprechen, über Väter und Mütter, über Schwestern, aber auch über ihr eigenes Leben als Schauspielerin, Künstlerin, Autorin. Also wir haben viel vor. Liebe Caroline, herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Wir duzen uns ausnahmsweise im Cicero Podcast Literaturen, denn wir kennen uns schon eine kleine Weile. Und es wäre jetzt komisch, wenn wir das jetzt nicht tun würden. Deshalb, als du uns über dein Buch erzählt hast, da hast du selbst gesagt, ja, ich weiß, das klingt jetzt so wie noch ein Schauspielerbuch. Braucht doch kein Mensch. Ich finde schon, man braucht das Buch. Was war der Anlass für dieses Buch? Warum hast du es geschrieben? Ja, es war so eine Zusammenkunft von Anlässen, würde ich eher sagen. Ich habe immer schon für mich viel geschrieben, Tagebuch und manchmal auch kleine Geschichten und alles Mögliche. Und bin aber nie auf die Idee gekommen, das zu etwas Größerem zusammenzubinden. Und dann kam die Pandemie und dann hatte ich natürlich die Idee, mich zu Hause irgendwie zu beschäftigen und habe mich da immer mehr mit beschäftigt, mit dem Selberschreiben. Und so ist das dann langsam so entstanden. Und dann hatte ich eben diese Idee, sich so mit dem Leben von Müttern mal anders auseinanderzusetzen. Ich finde, in Deutschland sind Mütter so, das ist so ein Genre, so Mutter. Und Mutter hat so ganz bestimmte Möglichkeiten und ganz viele Möglichkeiten hat Mutter auch nicht. Und besonders in meiner Generation finde ich, also unsere Mütter, die jetzt so zwischen 80 und 100 im Prinzip sind, die hatten, da war das noch viel mehr, als das vielleicht heutzutage ist. Und ich habe dann auch immer mehr so Rollenangeboten bekommen, eben so Mütter, und musste mich damit immer mehr auseinandersetzen. Und ich fand die oft doof geschrieben, diese Mutterrollen. Man macht sich über die lustig, die sind irgendwie ein bisschen zurückgeblieben, die haben keine Ahnung, die sollen sich irgendwie um den Haushalt kümmern. Das wird aber nicht so explizit gesagt, weil man ja progressiv und modern sein will. Aber gleichzeitig ist es doch irgendwie so gemeint. Und alle diese Fragen habe ich mir dann gestellt, wie das eigentlich in meinem eigenen Leben gewesen ist, wie wir eigentlich unsere Mutter eingeschätzt haben. Und meine Mutter ist gestorben, da war ich 32. Also es fehlt irgendwie das Erlebnis mit ihr, dass man aus dieser Kindposition so ganz letztendlich ganz, ganz, ganz heraustritt und einfach unter Erwachsenen miteinander redet. Und das wollte ich für mich gerne herstellen, mir das alles vorzustellen und wie diese Generation von Müttern, wie die so durchs Leben gekommen sind. Also hast du in deinem Buch die Mutter Hannah erfunden und die Protagonistin, also die dritte Tochter dieser Mutter Hannah, versucht eben anlässlich der Beerdigung des Vaters, mithilfe ihrer Erinnerungen sich dieser verstorbenen oder vorher schon verstorbenen Mutter zu nähern, sie zu verstehen, sich selbst zu verstehen und auch dieses ganz komplizierte Binnenverhältnis, das in dieser Familie ja entstanden ist, auch irgendwie zu fassen. Und das ist nicht so ganz einfach, denn es ist sehr komplex, diese Familie. Man lernt gleich in den ersten Sätzen, es gibt drei Väter, es gibt drei Töchter und es gibt diese eine Mutter, um die sich alles dreht. Und das muss ich einmal vorlesen. Die Geschichte von Hannah ist eine Welt von Ereignissen, die wie Monde auf verschiedenen ovalen Umlaufbahnen immer wieder aneinander vorüberziehen. Hannah in der Mitte, um sie herum die schwirrenden Planeten. Die Ereignisse entfernen sich und kehren wieder, im Winter kann man sich den Sommer nicht vorstellen und umgekehrt. Ja, also das war für mich so ein Bild für ihr emotionales Leben, dass es eben viele Geschichten gibt, die man erlebt, die man nie wirklich verarbeitet und die einfach immer nur wieder verschwinden und wieder auftauchen. So wie eben Planeten und wie Jahreszeiten und so. Und das irgendwie ist dann weg und man kann sich gar nicht vorstellen, dass das mit dem Leben was zu bedeuten hat. Eben im Sommer kann man sich den Winter nicht vorstellen und umgekehrt und dann ist es wieder da. Und man schafft es nicht, sich da komplett rauszubewegen. Und die Konstellation ist eben so gewählt, weil ich eigentlich sowas erzählen wollte wie so eine Art Matriarchat im Patriarchat. Alle reden über die Väter, das war auch einer der Anlässe zum Schreiben. Ich werde in Interviews immer gefragt, was mein Vater beruflich gemacht hat oder was mein Partner beruflich macht. Mich hat noch nie jemand gefragt, was meine Mutter macht. Und dann denke ich mir, aber das soll jetzt auf mich Auswirkungen haben, was die Männer im Leben gemacht haben und was ich dadurch gelernt habe. Aber ich habe natürlich das meiste von meiner Mutter gelernt, weil die war ja zu Hause die meiste Zeit. Also die hat gearbeitet, aber eben nicht Vollzeit. Und mein Vater hat 10 bis 14 Stunden am Tag gearbeitet. Und den hast du nicht gesehen? Wann habe ich den getroffen? Am Wochenende. Aber das ist einfach was anderes. Also kommt mein Wissen eigentlich von ihr. Und ich habe dann so gedacht, diese Nachkriegsfamilien, da gibt es das ja ganz viel. Es gibt ja unglaublich viele Großmütter, die dieses Land wieder aufgebaut haben. Ja, in Abwesenheit der Väter. In Abwesenheit der Väter regiert haben und aufgebaut haben und gehandelt haben und Familien strukturiert haben mit sich als Spitze. Und in der Erzählung in unserer Welt kommt das nicht vor. Also ich kenne keinen Film, der davon handelt. Ich kenne keine Bücher, die davon handeln. Ich kenne das einfach als Story überhaupt nicht. Und ich fand es faszinierend und wollte gerne, dass diese Hanna eben von so einer Frau abstammt und dann selber eben auch sowas wird dadurch, dass sie sich immer trennt von ihren Männern. Und dann wird sie zu so einem Ankerpunkt. Aber eigentlich die Töchter und die Väter akzeptieren das nicht und kämpfen immer dagegen an. Und die Väter sind ja auch alle immer noch präsent. Das ist ja wie so eine riesige Patchwork-Family mit drei Vätern. Der eine ist Sizilianer. Das ist ja auch ein bisschen so alles abgedeckt, so ein bisschen exotisch. Dann der Jugendfreund, der Klaus, der der erste Mann ist. Und dann der dritte, der Architekt, der das Traumhaus baut, aber das Zimmer für die Mutter vergisst. Ja, mir ging es darum, dass die wirklich zusammenhängen, diese vier Personen, dass die lernen, sich im Studium kennen und sind wirklich enge Studienfreunde. Und der eine, den kennt sie eben, da waren die Eltern, die Mütter befreundet. Das ist eine Kindheitsfreundschaft. Seit die Babys sind, kennen die sich. Und dann kommt es irgendwie so dazu, dass man doch auch selber ein Kind bekommt. Aber das ist eigentlich noch nicht so gemein. Und der zweite kommt irgendwie dazu in den Freundeskreis und der ist exotisch und toll. Und der dritte ist derjenige, der das hat, was allen anderen drei Figuren fehlt. Der hat Wurzeln. Also für mich ging es auch darum, darüber nachzudenken, was immer wieder ist. Es werden auch immer wieder in Interviews gefragt. Was denn meine Heimat ist oder wo ich denn lebe oder wo ich denn herkomme. Und dann dachte ich, wer von uns kommt überhaupt da her, wo er wohnt? Oder warum ist die Frage so wichtig? Oder warum steht in irgendwo die Mainzerin? Nur weil meine Eltern da mal gelebt haben, ich in der Zeit, in der sie da gelebt haben, da geboren bin, ich da aber nicht aufgewachsen bin. Also ich kenne die Stadt kaum. Und solche Fragen. Und dann dachte ich, ah ja, das haben in der Nachkriegszeit sehr viele erlebt. Diesen Ortswechsel. Und dann haben sie zum Studium noch gewechselt und dann für die eigene Arbeit. Aber dieser letzte Vater, der Peter, der kommt eben aus einer Gesellschaft, die über Jahrhunderte am selben Ort war. Seine Eltern waren die Ärzte. In Halsfeld, in Oberhessen spielt das. Seine Großeltern waren das. Seine Urgroßeltern waren das. Seine Urgroßeltern waren das. Der hat Tradition. Der hat diese Mittagessen-Tradition. Genau, Mittagessen. Alles Mögliche schleppt er durch sein Leben. Und erwartet das auch. Er wartet das unbewusst, weil er hat ja eigentlich alles geändert. Er ist ja weggezogen, er ist ja modern, er ist progressiv. Und diese Frage von bleiben und umherziehen, die wollte ich gerne mit drin haben. Aber eigentlich als Frage eben, was macht das eigentlich? Also so, ja. Wenn man das Buch anfängt zu lesen, ich habe es eben schon angedeutet mit dieser ersten Szene, da dachte ich, das ist wie im Film. Du guckst auf diese erste Szene so drauf von oben und siehst dieses Grab. Also es könnte vielleicht auch der Beginn von einem Krimi sein, weil alle stehen um die Leiche sozusagen herum und gucken in die Grube. Und du siehst so die Familienkonstellation, diese drei Väter mit den drei Töchtern, die sich ganz spezifisch anordnen, auch um dieses Grab. Und dann fährt die Kamera so runter und du guckst in die Gesichter und lernst die so nach und nach kennen. Und es wird eben anhand dieser Beerdigung kommen, durch Anekdoten, durch Erinnerungen, durch innere Monologe, durch Geschichten von früher entfaltet sich so dieser ganze Kosmos, dieses ganze Planetarium um die Mutter herum. Und man hat auch das Gefühl, dass diese verschiedenen Planeten um die Mutter herum sie auch ganz unterschiedlich wahrnehmen, andere Erinnerungen haben, die Geschichten auch so ganz anders erzählen. Und das ist sehr bildlich und so greifbar dadurch auch. Ja, das finde ich gut. Das wollte ich gerne haben, dass man gleich reinkommt und sich die Sachen so vorstellen kann. Und bestimmt ist das irgendwie filmisch orientiert, weil ich gucke natürlich viele Filme und lese viele Drehbücher und in meinem Kopf schwirren solche Sachen dann wirklich als Bild herum. Und ich finde eben, Familie konstruiert sich ganz oft aus Geschichten. Also alle erzählen sich untereinander so Geschichten. Ich habe das dann gemerkt, als meine Schwester, deren Kinder dann größer wurden, dass ich auch damit plötzlich anfange und dann sage, ja, du hast ja immer das und das gemacht oder so. Und dann, na ja, stimmt, das sind alles so, das sind eigentlich Anekdoten und die gehören irgendwie zu der familiären Identität dazu, dass jeder die kennt und jeder, die aber ein bisschen anders erzählt. Aber es sind gar nicht wirklich Erinnerungen. Es ist oft wirklich eine Story. Und die braucht aber die Familie, um zusammenhalten zu können und um sich zu erkennen und um zu wissen, wer dazugehört. Und wenn nicht, weil alle Angeheirateten und neuen Freunde und Ex-Partner und neue Partner, die kennen die Geschichten alle nicht. Die gehören nicht dazu. Die waren nämlich nicht dabei. Aber man selber war vielleicht auch nicht dabei und gehört nur an der Story dazu. Und das hat mich total fasziniert, weil ich natürlich vom Storytelling insgesamt begeistert und fasziniert bin, weil es in meinem Beruf so eine große Rolle spielt. Ich finde, das merkt man auch deiner Sprache ziemlich an, weil da einfach dieses Erzählen oder dieses, also mir kam es so vor, ich höre deine Stimme während des Lesens in meinem Ohr. Und das hat man nicht so häufig, aber auch dadurch, dass man sich vorstellen kann, dass diese Dialoge tatsächlich auch so gesprochen werden, weil das, das klingt jetzt blöd, aber authentisch sich anhört, so könnte man das auch in der Familie tatsächlich am Abendbrotisch erlebt haben. Ja, das finde ich gut, weil das ja auch dann im Buch auch mal wieder aufgegriffen wird, dass dann so ein Dialog kommt und dann sagt die Ich-Erzählerin so, äh, aber so wird es nie im Leben stattgefunden haben, weil eigentlich kann es gar nicht sein, in dem Jahr gab es das und das noch gar nicht oder so. Dass man mal die eigenen Erinnerungen so überprüft und darüber lachen muss, worauf mal alles reinfällt in der eigenen Erzählung. Und das sollte so einen Flow haben, das fand ich toll. Wenn das, also das war meine Hoffnung, dass ich das hinkriege, dass man in so einen Sog reinkommt, weil man einer Stimme die ganze Zeit zuhört, die von einem, die ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckschen eigentlich springt. Und gleichzeitig ist das aber genau das, wie man ja seine Biografie erinnert. Die ist eben nicht linear. Das ist eben so ein Feld von Themen und die tauchen mal stärker auf und mal ein anderes taucht mal stärker auf. Und da in so einem Denken fühle ich mich viel mehr vertreten, dass das eben nicht so. Und das ist der biografische Punkt, wo das passiert ist und danach ist das passiert. Das ist oft nicht so. Das ist alles irgendwie verschwommener und vermixter. Und ich fand irgendwie gut die Vorstellung, dass eben so ein Ereignis der Vater oder die Mutter stirbt, die Beerdigung, dass es ein Riesenereignis ist für einen selber, aber äußerlich ja irgendwie nicht. Also ja, das gibt eine Beerdigung, aber dann am nächsten Tag kommt man nach Hause, kommt von der Reise zurück und das ist eigentlich schon alles, was passiert. Man zieht die Schuhe aus, man zieht den Mantel aus, man isst was und geht ins Bett. Und das ist eigentlich kein Ereignis. Aber innen drin ist halt die Hölle los. Und das springt von einem riesigen Feld zum anderen. Und in der Geschichte ist es eben die Hannah, die praktisch so wiederkehrt und eigentlich die Tochter zwingt, über sie nachzudenken. Also die Tochter immer denkt, warum denke ich nicht über meinen Vater nach, jetzt wo er gestorben ist? Warum denn immer über die Mutter? Aber das ist einfach ins Rollen gebracht und sie kann es nicht mehr stoppen und das ist durch den Tod des Vaters in Gang gesetzt worden. Und das Verhältnis ist ja auch sehr zwiespältig, der dritten Tochter zu der Mutter. Und die Mutter war auch zwiespältig. Also das ist ja auch kein linearer, einfacher Charakter. Ich kann eine kurze Sache vorlesen. Hannah übersetzte Gedichte lieber als alles andere. Sie nannte es Nachdichten, die richtigen Worte finden. Und auf der anderen Seite, sie war eine Mutter. Mütter dichten nicht. Mütter tragen riesige, immer was dabei Taschen für Kinder, die sich einpinkeln und bekleckern. Also das hast du eben schon angedeutet. Diese Pole, zwischen denen sich dann eine Frau befindet und so verschiedene Rollen ausfüllen muss und vielleicht auch gar nicht ausfüllen will oder auch kann. Und diesen Konflikt trägt die eher in sich. Also den sehe ich bei Müttern und ich sehe, dass sie ständig diese Rollen wechseln müssen, weil ich natürlich sowieso immer alles als Rollen interpretiere, dadurch, dass ich halt dauernd Rollen spiele. Und ich sehe, dass das oft schwierig ist und dass aber das gesamte Umfeld das einfach erwartet. Also es gibt keine andere Erwartung. Es gibt nicht die Erwartung an eine Mutter, dass sie eine tolle Dichterin ist und deswegen völlig in Ordnung ist, dass sie den Haushalt nicht auf die Reihe kriegt. Die Erwartung gibt es an Väter durchaus. Der ist halt ganz toll in seinem Beruf. Natürlich kriegt er zu Hause nichts auf die Reihe. Und es gibt auch andere. Ich will das nicht so kategorisieren. Aber ich finde, an Frauen wird eben dieser Rollenwechsel Erwartung ununterbrochen gestellt. Und das ist aber eine Charakterfrage, ob man gut Rollen wechseln kann oder nicht. Also ich würde annehmen, alle Schauspieler können das. Deswegen macht man das, obwohl es auch unter Schauspielern Leute gibt, die eigentlich die Rolle nie wechseln, sondern immer wieder das Kostüm und das Setting wechseln, aber eigentlich immer dieselbe Rolle spielen. Aber es gibt eben Leute, die das nicht gut können und die dann ununterbrochen enttäuschen in ihrer Umwelt. Aber wo man denkt, das ist doch eigentlich ungerecht. Die kann es halt nicht gut, diesen Rollenwechsel. Und das ist doch nicht ihre Schuld. Es ist eben nun mal ihr Charakter. Und generell ist das Verhältnis zu der Mutter zwiespältig und schwierig und auch von ihr zu ihren Kindern, weil ich generell tatsächlich, das generalisiere ich tatsächlich, dass ich glaube, dass diese Nachkriegskinder und Kriegskinder, die sind einfach schwer traumatisiert aufs Leben losgelassen worden und haben gleichzeitig die Überschrift, sie sind nicht traumatisiert, anderen ging es viel schlechter, sie haben kein Problem. Und damit haben die unsere Erziehung voll gestopft mit diesen Erfahrungen. Das ist meine Behauptung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Alexander Magier, der Chefredakteur von Cicero. Schön, dass Sie diesen Podcast hören. Meinungsbildung, freies Denken, Streiten um des Erkenntnisgewinns willen, das sind unsere Leitlinien hier bei Cicero. Und wir finden, dass sie wichtiger sind denn je. Lesen Sie deshalb auch unser Magazin und unsere Beiträge auf Cicero.de. Denn damit unterstützen Sie unabhängigen und kritischen Journalismus. Wir freuen uns auf Sie. Wollen wir mal so einen kurzen Ausschnitt hören? Ja. Und ich bin ganz stolz, dass du es vorliest und dankbar, wenn man so eine Schauspielerin hier am Tisch hat. Mal gucken, ob ich es schaffe. Na. Ob mir die Autorin auch gefällt. In einem Anfall von Wahnsinn ist in unserer Familie ein stehender Begriff. Selbst Roberto und sogar Klaus und seine neue Frau, sie sind länger verheiratet, als ich lebe, benutzen diese Formulierung. Ein Anfall ist jederzeit möglich. Er tritt als Durchkreuzung von Alltag in Erscheinung, aber auch von größeren Lebenssituationen wie Weihnachten, Abitur, der Beerdigung des Vaters. Mit Hilfe seiner Bezeichnung kann er verwaltet werden. Der Anfall von Wahnsinn als Begriff ist eine von Hannas besten Hinterlassenschaften. Alles, was sich benennen lässt, ist eingrenzbar. Schwierig sind Dinge, die ohne Vorwarnung und ohne semantische Verwurzelung im Kopf auf uns hereinprasseln. In einem Anfall von Wahnsinn konnte bei Hanna so einiges passieren. Abendkleider wurden gekauft oder mit dem Bügeleisen verbrannt, Kinder in der Kita oder am Bahngleis vergessen, Kochtöpfe auf dem Herd stehen gelassen oder Wildfremde von der Straße zum Mittagstisch eingeladen, weil jemand schlecht ausgesehen hatte und wir ja genug hatten, wie Hanna meinte. Zur Weihnachtszeit wurden große Mengen von Lebensmitteln gekauft und nach Polen geschickt. Oder ich zum Nachhilfeunterricht in Deutsch. Ich hatte in Deutsch eine Eins, doch in einem Anfall von Wahnsinn hatte meine Mutter entschieden, dass das polnische Mädchen in meiner Klasse, Yvonne Siedlok, nicht genug Deutsch könne, was ihre Entwicklung in diesem Land behindern würde. Sie konnte den Eltern des Mädchens schlecht einfach Geld für Nachhilfeunterricht geben, das wäre eine Beleidigung gewesen. Aber sie konnte den Eltern anbieten, jeden Dienstagnachmittag nach der Schule auf Yvonne aufzupassen, um dann festzustellen, dass ich Dienstagnachmittags zum Nachhilfeunterricht müsse und Yvonne da leider mitmüsse. Oder es entstehen in einem Anfall von Wahnsinn haltlose Buffets für eigentlich bescheidene Beerdigungen. Ich habe alles Essen auf einem Tapeziertisch drapiert, den ich irgendwo gefunden habe. Meine Eltern haben es geliebt, Tapeziertische zu Buffets umzufunktionieren. Als Papa Boff endlich Chef geworden war, lud er sein gesamtes Büro zu einer Weihnachtsfeier nach Hause ein und baute mit großer Begeisterung im Flur den Tapeziertisch auf, den er Jahre zuvor nicht zum Tapezieren, sondern zum Büffettieren gekauft hatte. Eine maßgeschneiderte Tischdecke verdeckte seine wahre Existenz. An manchen Stellen bog sich das dünne Holz unter der Last der Speisen, was Boff in Ekstase versetzte. Wie es sein soll, genau wie es sein soll. Der Tisch biegt sich unter der Üppigkeit der Speisen, sagte er. Für mich und das Verhältnis zu meinen Eltern wäre es gut gewesen, damals schon ältere und weise Stimmen in meinem Kopf gehabt zu haben, die mir hätten sagen können, deine Eltern haben während ihrer Wachstumsphase nichts zu essen gehabt. Jahrelang. Deine Mutter hatte wegen der Unterernährung Skorbut und große Eiterplacken am ganzen Körper zu einem Zeitpunkt, an dem sie sich gern das erste Mal verliebt hätte. Dein Vater saß nach dem Krieg mit seinen Geschwistern, den Eltern und zwölf zugeteilten Flüchtlingen aus den Ostgebieten am Tisch und der Tisch war leer. Nimm es ihm nicht übel, dass er durchdreht, wenn sich ein Tapeziertisch biegt, weil Essen darauf steht. Verdenke es deiner Mutter nicht, dass sie mit dem Teelöffel über die Oberfläche der Butter fährt, um davon zu naschen, als sei es Nutella. Nimm selbst deine Finger aus dem Nutellaglas, stell es zurück in den Kühlschrank und entschuldige dich für deine hastigen und unwissenden Verurteilungen. Also ich glaube an der Stelle, da sieht man eben ganz viel, du hast es schon gesagt, die 50er Jahre prägen diese Familie, was an der Stelle auch doppeldeutig ist, wie ich finde, ist dieser in einem Anfall von Wahnsinn, weil der Mutter geht es ja gar nicht gut. Die hat depressive Phasen, da kommt der sogenannte schwarze Hund und die zerstört Dinge in der Küche, die schmeißt Orangen durch die Gegend, also zunächst so etwas verdeckt aggressiv und das wird ja dann immer schlimmer. Also die ist nicht nur die Abendkleidfrau oder die aus der Porzellantasse den Sekt sonntagsmorgens bohemianmäßig schlürft und dabei aus Dostoevsky zitiert so. Ja, also ich glaube halt wirklich, dass die, also die Hannah, die ich geschaffen habe, ist nochmal anders als meine wirkliche Mutter, aber die Hannah, die ich geschaffen habe, die hat eben ein großes Problem mit dem Rollenwechsel. Die möchte alle Rollen toll ausfüllen, die hat auch einen wahnsinnigen Ehrgeiz und will die alle super spielen und das geht eben nicht. Und da entstehen dann eben Reibungen und Konflikte und Nervositäten, die sich in Wut und allem Möglichen äußern, was ich insgesamt ein interessantes Thema finde. Da gibt es ja auch viele Bücher drüber, die Wut von Frauen, wie sieht die eigentlich aus, wo findet die überhaupt statt, wann wird die überhaupt sichtbar? Also das ist ja ein richtig eigenes Forschungsgebiet, habe ich dann festgestellt und fand das sehr interessant und dachte, da kann man auch mal so einen Blick drauf werfen, wie das auch in der Familie dann nicht behandelt wird. Dann ist die halt wütend, hat einen Wutanfall und alle sind so, naja, ja, und dann macht man halt so weiter, wie man gerne möchte. Und dieser Anfall von Wahnsinn, das eben, ich finde gut, also die hat dann so einen Begriff erfunden, die Hanna jetzt für so Tätigkeiten, die, glaube ich, jeder Mensch macht im Leben, wo sich etwas in Worten und in der Vernunft Ebene nicht Bahn brechen kann, ist aber im Körper und in der Emotion ganz stark drin und dann gibt es eben eine aussätzige Handlung, die das bebildert, eben so freudsche Versprecher und alle diese Themen. Und da glaube ich tatsächlich sehr dran, dass Menschen sich oft verraten in ihren eigentlichen Emotionen durch so Handlungen, die man so von außen betrachtet, denkt, es hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Und es hat aber damit zu tun. Oder in Woody Allen-Filmen kommt sowas oft vor, denn in irgendeinem bestimmten Dialog schmeißt auf einmal jemand aus Versehen ein Glas auf den Fußboden und, oh, das hat ja gar nichts damit zu tun. Und man denkt, doch, das hat alles damit zu tun. Und diese Dinge widerfahren der Hanna andauernd und sie benetzt sie aber auch und versucht die eigentlich in das gemeinschaftliche Familienleben zu integrieren, indem sie nicht ausstellt, dass das immer analysiert werden muss, aber dass man es akzeptieren muss, dass das halt passieren kann. Es kann eben jederzeit zu Fehlleistungen kommen und da sollte man sich nicht sonderlich drüber aufregen. Aber im zweiten Teil trennt sie sich dann. Ja. Verlässt die Familie? Also oder wie nachdem, wer sich wie erinnert, befreit sich oder verlässt, wird hinausgedrängt? Weiß man nicht so genau. Ja, das weiß man nicht. Das sehen alle Beteiligten in der Familie anders. Und das finde ich auch einen interessanten Aspekt von Familie. Ich glaube, das gibt es ganz oft in Familien. Alle sehen es anders und dadurch gibt es keine, es gibt eben keine Tatsachen in dem Sinne. Tatsache ist, die ist irgendwann ausgezogen. Und hat in einer anderen Wohnung gewohnt. Das ist belegbar mit Daten und Rechnungen von einem Möbelunternehmen. Alles andere ist nicht belegbar. Alles andere ist eine Emotion, eine Erinnerung, ein Gefühl, eine Geschichte, die drüber gedeckt wird aus Schuldgefühlen, aus Wut, aus Enttäuschung. Jeder hat ja, das ist ja ein großes Erlebnis in der Familie, wenn eine Trennung passiert. Und in meiner Geschichte wollte ich aber gerne, dass es darum geht, dass die Frauen in ihrer Generation das nicht so leicht gemacht bekommen haben, das zu verbinden. Also die kann nicht einfach Dichterin werden und weiter zu Hause wohnen, sondern sie wird praktisch vom gemeinsamen Leben dazu gezwungen, sich zu entscheiden zwischen ihrer Arbeit, die sie gerne ausüben möchte, und ihrer Familie, was ich ganz schrecklich finde. Und auch in meinem Leben oft mir noch gefragt, also ich noch gefragt wurde oder die Anforderung immer wieder, man so hört ja, aber in meinen 30ern irgendwie so, willst du denn Kinder haben und da musst du dich ja entscheiden und dann kann man ja nicht mehr Schauspielerin sein und sowas. Und wo ich immer denke so, warum? Warum muss man sich da entscheiden? Wer sagt denn das? Also das ist doch eigentlich unnötig. Und den Druck gibt es aber meiner Meinung nach gesellschaftlich. Und die Anna kann sich dem irgendwann nicht mehr widersetzen und entscheidet sich dann für ihre berufliche Seite ihres Lebens. Und schreibt dann Bücher, Gedichte, geht auf Lesereise und hat aber immer noch auch diese Tochter in der Pubertät, die damit nicht so ganz klar kommt. Genau, das ist dann so ein Überbleibsel, dachte ich dann. Also das ist tatsächlich ein bisschen aus meinem eigenen Leben. Irgendwann sind alle älteren Geschwister so erwachsen und die Eltern haben das Gefühl, jetzt ist auch mal gut mit Erziehen und dieser Teil unseres Lebens ist jetzt abgeschlossen. Und das ist in meiner Familie passiert, nur dass ich da noch ein Teenager war. Also für mich war meine Erziehung noch nicht abgeschlossen. Für den Rest meiner Familie war das, nee, jetzt sind ja alle groß genug. Und das war eine schräge Erfahrung, weil man die natürlich als Teenager erst mal genießt. Also es gibt ja nichts Besseres, als in Ruhe gelassen werden, wenn man Teenager ist. Und das eigentlich top findet, irgendwie wenn keiner sagt, wann du ins Bett gehen musst und wann du aufstehen musst und was du zu tun hast und ob du Hausaufgaben machen musst. Und dann habe ich aber später im Leben gemerkt, der Nachteil von dieser Art von Erziehung ist, ist, man kommt nicht dazu, sich von der Familie abzulösen, weil die es schon getan hat. Genau, die haben den Job übernommen. Das ist ja die Jobbeschreibung von einem Teenager, sich von der Familie abzulösen. Aber wenn du das gar nicht machen musst, weil die das machen, wie konstruiert man dann seine eigene Person? Und das habe ich dann da so ein bisschen mit reingeschrieben. Dann wird die Mutter aber richtig krank und sie muss in die Nervenheilanstalt. Es stellt sich heraus, dass sie an einem Tumor im Kopf leidet. Also dieser Anfall von Wahnsinn, der manifestiert sich dann irgendwie körperlich in einer Krankheit. Ja. So habe ich das verstanden zumindest. Und dann gestaltet sich dieses Mutter-Tochter-Verhältnis ja dann um. Ja, da gestaltet es sich dann richtig um, dass die Tochter auf einmal eigentlich die Mutter wird und sich um die kümmern muss und die Mutter das überhaupt nicht will. Und der Aspekt ist ja auch im familiären Leben da. Irgendwann werden die Eltern pflegebedürftig und die Kinder müssen sich um die kümmern. Und besser funktioniert das meiner Meinung nach, wenn die Kinder bis dahin schon an einem Punkt in ihrem Leben angekommen sind, wo sie sich selber nicht mehr als Kinder erleben. Und zu den Eltern dann so ein Verhältnis aufbauen können und die Eltern das akzeptieren müssen, was auch, glaube ich, schrecklich ist. Also das ist irgendwie wahnsinnig schwierig, diese Umwälzung. Und bei denen in dem Buch passiert es halt durch einen äußeren Anlass. Eben dadurch, dass diese Krankheit kommt. Und in der Krankheit braucht man eben Pflege. Da ist man einfach nicht mehr selber handlungsfähig in vielen Teilen. Und ich fand es irgendwie ein gutes Bild, dass das eben die Sprache betrifft, dass sie einen Gehirntumor hat auf der Sprache und dass dadurch eigentlich deren Hauptbasis, die sie inzwischen haben, die Mutter ist dichterin geworden. Es geht immer um Sprache und Sprechen und Schreiben. Und es wird abgeschaltet von einem Tumor. Und was ist dann eigentlich? Was bleibt denn dann übrig, wenn die Sprache nicht mehr funktioniert? Und dann finden die eigentlich neue Wege, miteinander umzugehen, die eigentlich schön sind und tröstlich. Der dritte Teil ist nur ganz kurz, nur ein paar Seiten. Und da ist aber plötzlich dann alles anders. Da ändert sich dann die Erzählperspektive. Und es ist nicht mehr die Ich-Erzählerin. Da geht es um eine kurze Episode, die ist so ganz traumartig, völlig anders im Ton. Und da kommt so die, so ging es mir, so griechische Mythologie kam dann ins Spiel. Also ganz viel Theater plötzlich. Da dachte ich, das sind so Bilder. Also die Mutter wandelt, macht eine Schiffsfahrt. Da gibt es keinen Fährmann, es gibt eine Schaffnerin. Aber sie macht sich auf die Reise und übersetzt sozusagen übers Wasser. Da dachte ich, okay, das ist natürlich jetzt der Sticks. Oder sie möchte unbedingt schwimmen gehen und tritt ins Wasser. Da dachte ich, okay, das ist Ophelia. Jetzt kommt der Tod. Das ist ganz klar, dass es jetzt zu Ende geht. Wow, das habe ich tatsächlich so nicht so gedacht. Aber ich höre das jetzt und denke, so stimmt. Also mir ging es eigentlich darum, die Perspektive zu wechseln, was ich eigentlich das ganze Buch über, dass man sich so lange Zeit braucht, um an die Perspektive der Mutter mal ranzukommen. Um sich überhaupt deren Perspektive vorstellen zu können. Und das hat so lange gedauert, 200 Seiten, bis man überhaupt soweit ist, sich die Mutter nicht als Mutter vorzustellen, sondern als Mensch. Eine Person mit einer eigenen Biografie und einem eigenen Leben. Und dadurch den Perspektivwechsel dann zu machen. Und diesen Wunsch, der nach ihrer Krankheit, bei der Genesung in der Reha-Klinik, da ist sie an so einem See und da kann sie so ein Boot benutzen, dass sie da noch mal gute Erfahrungen hat und ein gutes Leben noch mal hat und eigenständig wieder sein kann und es aufgehört hat mit der OP. Das ist verheilt und sie wird alles wieder lernen. Und sie hat eigentlich noch mal ein ganzes neues Leben vor sich. Und das wird ihr aber nicht gegönnt. Sie stirbt dann ganz plötzlich. Und das ist ein bisschen traurig und ungerecht. Und gleichzeitig geht es eben darum... Es ist total traurig. Ja, also ich habe geschluckt. Ich fand auch den Tod von meiner richtigen Mutter sehr traurig. Da war es ein bisschen so, dass die halt einfach so ganz plötzlich so mittendrin einfach so gestorben ist. An einer blöden Krankheitssituation, an der man nicht hätte sterben müssen. Und dieses Wegreißen und dann bestimmte Chancen nicht zu haben im Leben, Sachen aufzuarbeiten miteinander, das hat mir sehr gefehlt. Und das wollte ich gerne in der Geschichte so zu so einem Abschluss bringen, dass eigentlich beide Perspektiven, die Perspektive der Mutter und die der Tochter, an so einen Punkt kommt, wo man sagt, eigentlich mal ganz ehrlich, egal wie kompliziert man selber ist und die Eltern, man macht halt Fehler. Und die machen halt auch Fehler. Und das ist nicht mehr und nicht weniger. Es ist eben nicht so, dass die keine Fehler machen und dann kann man nicht sein ganzes Leben sagen, wenn meine Mutter nicht so und so gewesen wäre, dann hätte ich nicht das und dann hätte ich das und das geschafft und so. Sondern man muss es einfach mal einsehen. Es passieren Fehler, egal, ob man die gravierend findet oder nicht. Und man muss über die hinwegkommen. Man muss das ändern in sich und in der Erzählung und der Perspektive. Und da wollte ich so gerne eben diese beiden Perspektiven haben, dass eben die Tochter irgendwann sagt, ja, ich habe mich oft falsch verhalten, aber dass die Mutter auch für sich denkt, ich habe mich oft falsch verhalten und das tut mir auch leid. Aber wie soll ich den Töchtern das erklären? Wie erklärt man das? Da gibt es eben keine Worte für. Das kann man eben nicht erklären. Und dass man aber trotzdem sich vorstellen kann, Mutter und Tochter haben sich auf so einer Ebene vom Jenseits und der Gegenwart dann doch irgendwie getroffen. Und versöhnt. Und versöhnt. Und sich gegenseitig das so gesagt. Das war so der dritte Teil. Aber das mit dem Fehrmann, das stimmt natürlich. Und dem Geld und so, weil es auch vorher schon mal vorkommt in der Geschichte. Das habe ich nicht so drüber nachgedacht. Ich meinte es tatsächlich ganz konkret. Meine Mutter war tatsächlich in der Reha-Klinik in Erkner. An die habe ich immer gedacht. Und da sind so diese schönen Seen drumherum. Und da konnte man tatsächlich am Sonntag dann so Ausflüge machen. Und das war unheimlich wohltuend in diesem Prozess der körperlichen Heilung, dass es diese zauberhafte Landschaft da drumherum gibt. Und dass man so gute Gefühle haben kann. Und diese Natur. Und es riecht auch alles so gut da. Und das wollte ich gerne so mit reinnehmen. Also ich habe es eher metaphysisch gesehen. Aber auch, jeder liest ja auch ein Buch anders, weil er eben auch andere Anekdoten und Familiengeschichten und Erfahrungen gemacht hat. Und sich aber doch an vielen Stellen einfach da wiederfinden kann, weil es eigentlich universelle Erfahrungen sind letztendlich, die dann in der Einzelheit oder auch in der persönlichen Perspektive der Protagonistin universell sind, die sich wiederfinden. Ja, mir war das tatsächlich der Punkt auch wichtig, dass ich denke, ich klage mit meinen Eltern innerlich, kann ich ja jahrzehntelang anklagen für alles, was sie an mir falsch gemacht haben. Aber ich kann auch mal die Perspektive wechseln und denken, die haben nicht ausschließlich individualistisch gehandelt. Die haben einfach auch oft so gehandelt, wie ihre Zeit es ihnen ermöglicht. In der sie 30 sind, in der sie 40 sind, in der sie 50 sind. Was das Leben und die Welt, das außerhalb von ihnen liegt, ihnen anbietet. Und das ist eben im Falle meiner Eltern die Nachkriegszeit und der Wiederaufbau. Und das war kein gutes Angebot. Das ist ein Horrorangebot. Und damit haben die sich top geschlagen in der Welt. Also die haben sich einfach, die haben einfach das Beste draus gemacht. Das kann man ja auch mal so sehen. Und nicht immer nur denken, ich habe totale Essstörungen, weil meine Eltern so wahnsinnig viel irgendwie in sich reingestopft haben, so sinnlos und dann immer dieses grässliche 70er-Jahre-Essen, Boomer-Kram, alles nur mit Zucker, Fett, Butter, Cola und so. Erbsenbohnen aus der Dose. Erbsenbohnen aus der, und vor allem alles immer aus der Dose und so. Horror, ja. Aber es war halt in deren Zeit das Angebot, die Möglichkeit, überhaupt irgendwie einen Beruf mit einem Zuhause zu verbinden und überhaupt glücklich zu sein, dass es was zu essen gibt, weil das hatten die eben nicht. Und zwar genau in der Zeit, in der sie gewachsen sind. Das muss furchtbar sein. Und das kann man doch auch mal verzeihen und denken, ja, gut, die haben einfach so gehandelt, wie sie konnten. Besser wussten sie es halt nicht. Und das kann man keinen Eltern vorwerfen, dass sie nicht perfekt sind und nicht das besser wissen als alle anderen. Das Buch hättest du nicht geschrieben, wenn nicht Corona gekommen wäre, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Da wäre ich erstens nicht richtig dazu gekommen. Und zweitens hätte ich auch nicht nach neuen Formen in meinem Leben für mich gesucht. Also weil natürlich das Geschichtenerzählen in meinem Beruf aus meiner Perspektive andauernd vorkommt. Und da wurde aber nichts mehr erzählt. Das war ja von einem Tag zum anderen vorbei. Bei mir war wirklich die Pandemieerfahrung erst super. Es war so wie schulfrei. Geil, überall ist Arbeit und man muss nicht hin. Irgendwie ist es ja auch irgendwie entlastend. Und dann kam aber so, okay, aber wenn ich das alles nicht mache, was passiert dann mit mir irgendwie? Und da war das eine schöne Beschäftigung. Und ich hatte dann auch Zeit, zu recherchieren, also nachzulesen über die Generation meiner Eltern, über meine Großeltern, über die Grenzen, die Grenzverschiebungen und überhaupt darüber nachzudenken, was es eigentlich ist, so dieses Deutschsein, was das eigentlich ist. Weil ich jetzt dadurch, dass ich in Wien lebe, immer mehr darüber so nachdenke, weil ich ja dauernd damit konfrontiert werde, dass ich von Leuten umgeben bin, die nicht deutsch sind und die mich immer wieder darauf hinweisen, dass ich deutsch bin. Und ich frage mich eigentlich immer, was das soll und was das sein soll. Was das eigentlich sein soll, Deutsch oder Französisch oder Italienisch, irgendwie, außer, dass es eine bestimmte Sprache ist. Und da habe ich wahnsinnig viel gelesen in der Pandemiezeit, ja, über unser Land nochmal, wie wir so sind. Und bist du dann anders, oder bist du jetzt dann durch das Buch anders auf der Bühne? Das weiß ich noch nicht so richtig, aber ich habe viel darüber nachgedacht, über den Gebrauch von Sprache. Also wie rhythmisch das sein kann und wie nicht. Und das habe ich eigentlich davor auch schon viel getan und dann gemerkt, natürlich ist man als Schauspieler mit Sprache besonders beschäftigt, anders als andere Leute, durch dieses Auswendiglernen von anderen Sprachen, sage ich mal. Also nicht Fremdsprachen, aber wenn ich ein Gedicht auswendig lerne von Schiller oder einen Text von Goethe oder einen übersetzten Text von Shakespeare, dann gebe ich mich in so eine andere gedankliche, sprachliche Welt und muss versuchen, die mit mir und meinem Körper zu belegen. Und das macht irgendwie was mit einem. Und ich habe da noch nie drüber nachgedacht vorher. Und jetzt dachte ich so beim Schreiben, ah ja, wenn man versucht, so zu schreiben, wie man spricht, hat es Grenzen. Wenn man versucht, so zu schreiben, wie man nie sprechen würde, hat es Grenzen. Also wie findet man da einen Weg? Und wie ich den jetzt in Zukunft auf der Bühne dabei finde, weiß ich noch nicht so richtig. Hat sich denn durch Corona das Theaterspielen grundlegend verändert oder also die Branche verändert? Also ich finde, dass die Branche sich geändert hat im Sinne von beim Drehen hat sich alles verändert. Öffentlich-rechtliches Fernsehen produziert weniger, die Streamer werden größer. Das verändert alles. Es wird mehr im Ausland produziert als in Deutschland. Das verändert auch viel und so weiter und so fort. Also das sind so Branchen-Themen. Und das andere im Theater ist, dass einfach im Moment sehr viel stärker angezweifelt wird, dass Kunst überhaupt staatlich subventioniert werden sollte. Und ich bin der Meinung, dass die unbedingt staatlich subventioniert werden sollte. Da kommt ja die Idee der Subvention ursprünglich mal her, dass nach 1945 alles wieder aufgebaut wurde und immer mit dieser Angst, unsere Zivilisation kann jederzeit der Barbarei verfallen. Jederzeit können wir alle in eine Person umgewandelt werden, die gerne andere umbringen möchte. Und da wollen wir gegen vorgehen. Inhaltlich, moralisch, künstlerisch, alles Mögliche. Und dafür bauen wir alle Theater wieder auf und erteilen denen den Auftrag, den Menschen moralisch, seelisch, alles Mögliche zur Seite zu stehen. Da kommt das her. Das ist mal das eine. Und das andere ist, die Subventionen bezahlen ja nicht Kunst und Künstler. Die bezahlen ja einen riesigen Betrieb. Die bezahlen einen Betrieb im Falle vom Burgtheater von 750 Personen oder im Falle von dem Schiller-Theater damals in Berlin, als es geschlossen wurde. Da sieht man ja, da fliegen Künstler raus, die stehen sofort auf der Straße. Aber alle anderen Angestellten, ich glaube, 500 waren das damals, weiß ich jetzt nicht ganz genau die Zahl, will ich mich nicht festlegen, aber eine riesige Anzahl Festangestellter, Techniker, Schneider, Portiere, Souffleure, ich weiß nicht was alles, die haben zwei Jahre lang ihr Geld bezahlt bekommen, weil sie ja bei der Stadt angestellt sind. Also so ein Theater ist nicht sofort billig, nur weil man die Künstler rausschmeißt. Und die Künstler sind auch nicht der größte Betrag an so einem Theater. Also geht es darum, auch Arbeitsplätze zu schützen und auch Attraktoren, die in einer Stadt dafür sorgen, dass es eine attraktive Stadt ist. Eine Stadt ganz ohne Theater ist so eine Industriestadt, in der Geld gemacht wird oder vielleicht Sachen hergestellt werden. Das ist Berlin aber auch nicht. Also ich finde es vollkommen irre und ich finde auch, die ganze Diskussion verlagert sich irgendwie, dass Subventionen für Künstler soll es ja nicht mehr geben, aber dass zum Beispiel Leute wie René Benko subventioniert werden, wenn sie ihre krummen Geschäfte machen und irgendwie den Kaufhaussektor im deutschsprachigen Raum komplett in den Keller reißen, da hat keiner ein Problem damit, dass das subventioniert wird. Da habe ich ein Problem mit, dass das subventioniert wird, dass Millionen ausgegeben werden, weil die Arbeitsplätze erhalten bleiben müssen, die dann sowieso nicht erhalten bleiben. Also wie ist die Diskussion dahin gekommen, frage ich mich ein bisschen und ich denke dann immer, die Theater, die müssen irgendwie behandlungsfähig bleiben. Das heißt, man muss irgendwie Tickets zu einem Preis verkaufen können, nicht wie in London und in New York, wo so ein Ticket 350 Euro kostet. Also brauchen die Subventionen oder sie müssen alle Leute feuern, außer den Künstlern und die dann immer nur kurzzeitig anstellen und die in prekäre Arbeitsverhältnisse stoßen. Und das macht doch auch überhaupt keinen Sinn. Also ich finde, dass die gefährlich ist, die Diskussion ungerecht einfach, nicht von Zahlen belegt. Und jetzt auch vor allem, wenn man so zum Beispiel auf die AfD in Sachsen-Anhalt schaut, die die staatlichen Theaterzuschüsse halbieren möchte und auch in den Spielbetrieb eingreifen möchte, gegen Regie-Theater ist und so weiter. Also es sind ja ganz konkrete Bedrohungen. Ja, konkrete Bedrohungen, konkrete Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, immer mit dem Hinweis, die Leute gehen ja gar nicht ins Theater und das ist ja völlig unwichtig. Dann denke ich, warum musst du die Inhalte kontrollieren, wenn sie völlig unwichtig sind? Das musst du nicht. Wenn sie unwichtig sind, kannst du es einfach laufen lassen. Also was ist dein Plan? Also du willst deine Inhalte da reinbringen als AfD. Aha, also sollen die Inhalte wieder gesteuert werden vom Subventionsgeber. Das ist aber die Nachkriegsidee, die Subvention existiert, damit es nicht gesteuert wird, sondern damit der Künstler frei ist und frei seine Meinungen äußert. Diese Gefahr wird dann offensichtlich gesehen von Leuten, die vielleicht einen eher totalitäreren Staat wollen, dass man in der Freiheit der Kunst vielleicht immer noch eine Gefahr sieht. Das haben wir so in der Schauspielschule so beigebracht bekommen von den Dozentinnen und Dozenten aus dem Osten, die wir hatten, die dann immer gesagt haben, ja, natürlich gab es da eine harte Zensur, was gesagt werden darf auf der Bühne und was nicht, aber es gab auch Zeichen. Und Zeichen, die konnte man verwenden, ohne dass die angreifbar sind von der Zensur. Also ein Beispiel immer von einer Lehrerin, ein Zeichen ist, du machst eine Szene von einem großen Streit und du stellst in die Mitte zwischen die beiden Protagonisten einen Ziegelstein. Da haben alle im Zuschauerraum gewusst, die Mauer ist gemeint und haben den ganzen Dialog ganz anders gehört. Das kannst du aber nicht beanstanden als Zensurbehörde, ein Ziegelstein auf der Bühne und solche Themen. Und vielleicht kommen wir da wieder hin, dass wir uns da in so einem versteckten Aussagen bewegen müssen. Fände ich aber schade, weil ich eine transparentere Gesellschaft sehr viel besser finde. Wo können wir dich denn hören und sehen als nächstes Projekt ohne Ziegelstein? Ohne Ziegelstein! Noch ganz transparent. Offen kann man mich im Moment regelmäßig erleben in der Schaubühne, in dem Monologstück Spinne von Maya Sade. Da geht es um eine unglückliche Begegnung einer Frau mit einem Kinderfreund, den sie für einen AfD-Wähler hält im Laufe des Abends und damit nicht zurechtkommt mit dieser Begegnung. Und dann kann man mich in Wien auch wieder auf der Bühne sehen, aber erst im nächsten Frühjahr. Da mache ich eine Produktion im Akademietheater, ein Stück von Marius von Mainburg hier aus Berlin. Und dann mit dem Milo Rau, mit dem Leiter der Wiener Festwochen, der macht eine Jelinek-Produktion Burgtheater über die Verstrickungen des Burgtheaters in die Nazi-Zeit und was da eigentlich danach für Lehren draus gezogen wurden oder nicht gezogen wurden, gesellschaftlich. Und das sind so die nächsten. Und dann mache ich eine kleine Lesereise mit meinem Buch. Ein anderes Leben. Das kann man in München im Theater, im Residenztheater sehen. Da werde ich daraus lesen. In Hamburg, im Hamburger Schauspielhaus. Und dann geht es auch noch an viele andere Orte. Und die werde ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account veröffentlichen, damit möglichst auch Leute kommen und zuhören und das Buch vielleicht auch kaufen und lesen. Wir freuen uns sehr, dass du hier warst. Danke, liebe Caroline Peters, für das Gespräch hier beim Cicero Podcast Literaturen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören. Alle Cicero Podcasts finden Sie auf den bekannten Podcast-Plattformen und natürlich auf Cicero.de. Bis zum nächsten Mal. Literaturen, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.